Erzähl mal, was machst du da? Mal checken, ob das Keyboard in Ordnung ist. Warum? Weil wir gestern Ausfall hatten. Was machst du da? Ja, ich guck mal, ob hier alles heil ist. Warum? Weil gestern es anscheinend hatte, dass irgendwas nicht so heil war. Gab es ein Dilemma? Ja? Natürlich nicht. Alles läuft nach Plan. Wenn sowas passiert, dann ist das immer gewollt. Keine Gitarre. Stromsausfall. Und Dirk? Bisschen drum? Ausgeschlafen? Ja. Turtag 2. Turtag 2. Bensheim heute. Ja, ja, ja. Gestern hat wohl jemand seinen Strom nicht bezahlt. Hast du das vielleicht? Wir hatten Stromausfall. Jetzt haben wir erstmal gecheckt, woran es gelegen hat. Weil das war schon... bisschen peinlich. Bisschen. Aber das erzählen wir euch ja hier nicht zum Glück, ne? Nee. Aber, ähm, ja. Wir hoffen, heute wird's besser. Wir sind aber guter Dinge. Tschüch. Nachdem uns gestern der Strom ausgefallen ist, bei Monoton, bei der Premiere... Ja. Ich wollt's eigentlich nicht sagen, aber ich hab das eigentlich selber extra ausgeschaltet, weil ich die Akkorde vergessen hab. Achso. Ich dachte, du hast den Strom nicht bezahlt. Aber... Nicht weiter sagen. So, deswegen checken wir jetzt nochmal das Keyboard. Und guck mal, ob alles funktioniert. Damit das nicht nochmal passiert, ne? Wenn du jetzt filmst, dann passiert's wieder. Ist ja klar. Scheiße. Vor allem musst du mal anmachen. Achso. Äh, wir müssen starten, Leute. Bis gleich. BPA 4 4 toxic 5 So, ich habe hier unseren Sepp, der ist ja neu und ich wollte jetzt mal fragen, wie gefällt es dir denn so weit bei der Heldmaschine? Ich meine, kannst du schon was sagen? Ist ja jetzt erst ein Tag gewesen. Ja, ist also wundervoll. Ganz hervorragend, alles fein sortiert, geht schnell, funktioniert alles super. Nie fällt irgendwas aus, Soundcheck ist immer völlig entspannt, das Piano klappt natürlich immer super, es gibt keine Probeausfälle. Hat der Dirk alles super gemacht. Ja. Marco? Ja, Dirk. Wo sind wir denn heute? Wir sind heute in Bendsheim. Ja, schön gut. Wir sind in Bendsheim. Ja, Bendsheim. Und wird es gut? Ja, wird geil. Wird geil? Wird geil, wird mindestens so geil wie gestern, weil gestern war der absolute Hammer. Gestern war richtig, richtig geil. Heute wieder. Und das wird dann wieder geformen. Und dann kreiert auf, spannen. Jaaaaaaaaaaahhh. Das ist wohl gesagt, ich soll doch was schönes spielen. Was gibt's schöner als das Gummibärchen? So, schöner wird's nicht mehr, sorry. Das ist der liebe Dennis. Das ist immer wieder. Das geht ab. Das ist dein Kollege quasi. Ja, wir sind Drammerkollegen. Drammerkollegen. Ganz genau. Und im Moment scheren wir noch nicht die gleiche Frau. Könnte aber noch passieren. Ne, meine Frau gibt's leider nicht her. Ja, klar. Also, es könnte noch passieren. Ich teile ja meine Frau immer gerne. Ah ja, okay, verstehe. Und von daher ist das kein Problem. Also, wir werden sehen, ob das noch im Laufe der Tour passieren wird. Aber im Moment darf er noch seine eigene Frau besteigen. Ja. 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 Wie gesagt, das wäre richtig geil heute. Der Soundtrack war mega. Richtig guter Sound. Richtig guter Club. Wie gesagt. 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 Vielen Dank.